Ich glaube wirklich, das wird heute der Song des Tages, Raff und Juju, wenn du mich siehst. Ich habe einen Ausschnitt gesehen bei Modus Mio oder bei Raff auch. Boah, das hat mir richtig gefallen, ne? Wow! Aber wir gucken erstmal, wir gehen rein, Digger, und hören uns das an. Denkt ihr zwischen den beiden läuft was, Digger? Die wurden ja in den letzten Monaten oft miteinander gesehen an Orten, wo Freunde eigentlich normalerweise nicht so sind, ne? Oder? Oder? Wir gehen rein. Video schauen ist safe. Oder? Ja, doch, doch. Schau immer bei Raff, muss man sagen. Das ist auch ein Liebessong. Aber der klingt mir besser als der von Rissi, ehrlich. Raff irgendwie lockeres Outfit, ne? Also nix wildes. Ganz locker, ne? Hm, meint der deine Ex-Freundin? Ich habe in seinem Interview gesehen, er hat erzählt, äh, der hatte eine besondere Ex-Freundin gehabt. Oh, ja, kann sein, dass er die damit meint. Ist immer noch teuer her, haha. Aber ich meine so, ist irgendwie ein chilliges Outfit. Du trägst ein Teil von mir mit, nicht nur die Tasche, die Rolex. Wo du auch bist, Mann, weißt du was, meine Ex. Oh, ja, genau, Digga, direkt angesprochen. Fehlt nur noch ein Name, Alter. Und ich hoffe, du hältst dich an den Codex. Nix, was zwischen uns verlandet im Netz. Und ich... Jajajajaja. Der wollte auf jeden Fall sein Ex-Freundin noch was sagen, ne? Das ist... Irgendwie noch nicht ganz vorbei, ja? Ok. Weiß nicht, was ich denn so sagen soll. Ah, das ist krass. Also, Digga, ich finde diesen Move krass. Du machst einen Song. Wo du deine Ex-Freundin sagst, lass sie in zwei Jahren reden und die wird das auf jeden Fall auch hören. Vielleicht wird die auch dabei weinen, vielleicht wird die sagen, ich scheiß auf dich. Ah ja, Drassapart mag ich jetzt auch nicht, muss ich sagen, ich hab da mehr erwartet. Die Hooker hat mir aber gefallen. Ja, die Hooker hat mir gefallen. Ein Video wie der Schau seine Geschichte. Auf Jujus Part bin ich jetzt gespannt, die kann man, wenn ihr einen guten Part rausholt, kann das vielleicht auch noch so gehen. Wer hat da noch nicht gedreht? Okay, was heißt wer? Ich kann nicht sagen, wer alles hat. Diese Location sofort in mein Kopf Kapital, ne? Welcher Song war das nochmal von Couple Ensemble? Boah, safe einer weiß das von euch. Baby, ich gab dir meine beste Zeit, du gabst mir deine Baby, jetzt stehe ich wieder auf der Bühne. Okay, hat die auch einen Ex-Freund gehabt, von dem man so weiß? Alle scheinen, Baby, alle steil, du weißt. Alle Typen haben mir hinterher. Oh, Juju so hoch, habe ich auch noch nicht gehört. Tilli Dean war das? Okay. Was ich beschützen muss, das ist mein Herz. Ich bin für dich nie mehr die Säberkasse. Digga, das ist wirklich, also beide Parten, so? Scheiße, Liebeskummer Sache, ne? Aber ich finde, der Kling von Chante, finde ich den cool, eigentlich. Du konntest was von mir hören, ist was du nix. Ich weiß, du tust so, als ob du gar nichts zerbrichst. Die Hook ist wirklich, wo ich sage, boah, die ist echt gut, aber nee, halt, sonst. Ach so, die singen eigentlich gut gemeinsam aus, oder was? Das ist ein Bild, du, ne? Das ist sein Bild. Da stimmt sein Ex-Freund und ihr Ex-Freund. Naja, die Hook ist krass. Boah, Juju's Stimme krass auf Hook, ne? Ja, okay, die Hook ist für mich, Digga, die Hook ist für mich übend. Also, die Hook ist für mich wirklich sehr stark. Und, weißt du, Raspat habe ich jetzt nicht so gefühlt. Juju's Part war, ich glaube, der ist gewöhnungsbedürftig. Raspat, weiß ich nicht. Ja, ist cool, Alter, ja, ist cool, Alter, warte, wir lassen es noch auslaufen, warte. Ja, sieht auch süß aus, die meinen, aber ja, ja, boah, der Song ist schwierig für mich zu bewerten. Die Hook hat mich wirklich umgehauen. Die Hook hat mich auch ein bisschen berührt. Kennt ihr so weg, was ihr euch auch ein bisschen berührt? Ah, ich weiß nicht, Alter. Kann ich den Song ein paar Tage bewerten? Naja, wenn ich so jetzt bewerten würde, würde ich sagen, so eine 7. Ja, eine 7. Ja, ich weiß nicht, Alter. Untertitelung des ZDF, 2020